Hallöche meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es darum gehen, ob sich Payday 2, egal ob für Neukäufer oder wiederkehrende Spieler, überhaupt noch lohnt, da Payday 3 ja bereits in Entwicklung ist. Da Payday 2 mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel hat, ist diese Frage durchaus berechtigt. Ich werde in diesem Video klären, ob sich der Kauf noch lohnt hinsichtlich der Spielerpopulation, Weiterentwicklungen bzw. Updates und dem Zusammenspiel mit anderen Spielern. Ich werde hier nicht auf die einzelnen Spielinhalte eingehen bzw. erklären, worum es im Spiel geht. Es soll hier sich wirklich nur darum drehen, ob es sich aktuell noch lohnt, in das Spiel einzusteigen. Gameplay-Mechaniken und CoKG könnt ihr der Steam-Seite entnehmen. Klären wir am Anfang erstmal, ob die Spielerzahlen stabil sind und wie sich diese so entwickelt haben. Im Hintergrund werde ich auch die Steam-Sharts nochmal einblenden, damit ihr das nochmal ein bisschen nachvollziehen könnt. Payday 2 hat das schon immer eine sehr treue Community und auch jetzt, mit all diesen Jahren auf dem Buckel, sind noch immer durchschnittlich 20.000 bis 30.000 Spieler online, an schlechten Tagen auch mal 10.000, dies allerdings seltener. Stand 13.10.2021. Auch in der Lobby-Auswahl findet man zu den verschiedenen Schwierigkeitsgraden Lobbys. Zwar sind nicht immer alle Aufträge verfügbar, allerdings ist immer eine gute Auswahl gegeben, wobei gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden wie Todesurteil oft nur leise gespielt wird, da man für laut ein gutes Team braucht und dies mit zufälligen Spielern eine ganz schöne Herausforderung darstellen kann. Es ist also völlig egal, wie gut ihr in Payday 2 seid. Für jeden Schwierigkeitsgrad werdet ihr eine Lobby finden können, wenn auch nicht unbedingt mit eurem Wunschauftrag. Allerdings könnt ihr ja auch kurzerhand einfach selber eine erstellen und warten, bis sich ein paar Heister anschließen. Auch was Updates angeht, ist es um Payday 2 sehr gut bestellt. Denn selbst jetzt werden immer noch neue DLCs und Updates veröffentlicht, welche erst kürzlich asiatisch angehauchte Überfälle in das Spiel gebracht haben, sowie viele neue Waffen. Im Hintergrund werde ich einfach mal eines dieser DLC-Covers hier einblenden. Auch wenden sich die Entwickler immer mal wieder in kleinen Entwicklerbriefen an die Community, wo sie über die verschiedenen Ereignisse berichten, wie zum Beispiel neue DLCs, Entwicklungsstand von Payday 3 und so weiter. Ich weiß, das DLC-System und der Preis dieser sind für manche Spieler ein Dorn im Auge, aber meiner Meinung nach muss sich der Support auch irgendwie bezahlen, welcher hier über Jahre hinweg geleistet wird und auch Payday 3, welches gerade in Entwicklung ist, muss irgendwie bezahlt werden. Da Payday 3 erst für 2023 angesetzt ist, wird dieser Support wohl auch noch einige Zeit anhalten. Hierbei scheiden sich zwar die Geister, aber ich kaufe mir die DLCs immer gerne, auch wenn nicht zwingend alle. Allerdings muss ich zugeben, dass ich zwei Sachen zu bemängeln habe. Einmal, wenn man in der Lobby ist und diese aufploppenden Aufträge kommen, dass das dann manchmal ein bisschen laggen kann. Außerdem bin ich hier und da auch mal einfach aus dem Spiel rausgeflogen, weil ich die Verbindung zum Host verloren habe. Das war auch ziemlich bitter, passiert allerdings nicht allzu häufig. Ziehen wir also das Fazit. Die Spielerzahlen sind sehr hoch und beständig, weswegen auch noch langfristig mit einer gesunden Community zu rechnen ist. Auch gibt es weiteren Updates, Briefe von den Entwicklern und DLCs, welche das Spiel um viele weitere Inhalte erweitern, bis Payday 3 in den Startlöchern steht. Was auf jeden Fall bis 2023 dauern wird, wenn nicht sogar länger. Das Zusammenspiel ist weiterhin grandios und ihr werdet eine tolle Kooperfahrung in Payday 2 erleben können. Um optimal reinzustarten, empfehle ich euch mein 10 Tipps für Payday 2 Anfänger Video, welches ihr auf meinem Kanal oder in der Beschreibung dieses Videos finden könnt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und falls es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und euch noch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns dann ja mal im Crime.net. Daumen nach oben und ist's euch benutzt. Untertitelung des ZDF, 2020